Arena Audio präsentiert Alice Pantermüller Bendix Brodersen Echte Helden haben immer einen Plan B. Gelesen von Jens Wawritschek Eine Produktion von Arena Audio Eine leichte Brise raschelte durch die Baumkronen. Dann waren wieder nur die Vögel zu hören. Es schiebte und krächzte, es gurrte und pfiff. Die Luft vibrierte vor Vogelstimmen. Ich will wieder aufs Schiff zurück, das ist voll öde hier. Das Gesicht des Mädchens war hinter der riesigen Sonnenbrille kaum zu erkennen. Man sah eigentlich nur ihren Schmollmund. Sie war stehen geblieben und hatte die Arme vor der Brust verschränkt. Der Mann, der vor ihr ging, drehte sich um. Ach, Prinzesschen, rief er und schob einen Zweig beiseite. Nun guck dich doch erst mal um. Du findest hier bestimmt was Schönes. Alles, was du siehst, gehört dir. Du musst bloß sagen, was du haben willst. Ich will einen Tiger, maulte das Mädchen. Und hier gibt es keine Tiger, nur dämliche Vögel. Der Mann zwirbelte seinen Schnäuzer. Er versuchte ein verschwörerisches Grinsen. Wir sind doch gerade erst angekommen. Wir bleiben erst einmal hier und gucken, was es Interessantes gibt. Wie wäre es mit dem Vogel da hinten? Er zeigte auf einen schwarz-gelben Vogel mit gekrümmtem Schnabel. Das Mädchen blickte nicht einmal in die Richtung. Dann schrie es auf. Verdammtes Biest! Siehst du, Vati, jetzt hat mir so ein dämlicher Vogel ein Loch in meine Designerstiefel gepickt. Wütend starrte das Mädchen auf die Stelle, an der der Abdruck eines Schnabels zu sehen war. Schon wieder näherten sich einige Vögel den rosa Stiefeln des Mädchens. Eine Art Huhn mit gigantischen Füßen kam aus einem Busch gehüpft und eugte interessiert herüber. Ist es nicht großartig? dröhnte der Mann plötzlich so laut, dass eine Handvoll braungesprengelter Vögel schimpfend davonflitzte. Eine einsame Insel, mitten in der Südsee. Noch nie hat irgendjemand seinen Fuß auf diesen Boden gesetzt. Diese Insel gehört uns ganz allein. Ich werde sie Kathis Insel nennen. Am Rand der Lichtung stand noch eine dritte Person. Es war ein junger Mann, dessen grünbraune Kleidung fast mit den Büschen verschmolz. Struppiges schwarzes Haar hing ihm ins Gesicht und ließ ihn noch bleicher erscheinen, als er sowieso schon war. Seine Augen hatte er auf den Boden gerichtet. Besser gesagt, sein linkes Auge. Das rechte war von einer Augenklappe verdeckt. Eine lange Narbe zog sich von seinem Kinn bis zum rechten Auge. Er starrte auf den Boden am Rand der Lichtung, wo sich zahlreiche Fußspuren in die weiche Erde gedrückt hatten. Und die Spuren stammten nicht von den rosa Designerstiefeln und auch nicht von Männerstiefeln. Der junge Mann hob seinen Blick und sah hinüber zu dem Mann und dem Mädchen. Aber er sagte keinen Ton. Er zog nur Ida, grinste ihr breitestes Grinsen und sah von ihren Eltern über Tante Popeline zu Bendix und Chris hinüber. Dann fiel ihr Blick auf die Geburtstagstorte. Sie war riesengroß. Tante Popeline schien Unmengen an Schokolade und Kokosraspeln verbraucht zu haben. Vierzehn kleine Kerzen brannten auf der Torte und warfen ein flackerndes Licht auf die Geschenke, die auf dem Holztisch lagen. Die Kerzen habe ich selbst gezogen, erklärte Tante Popeline und hackte mit ihrer Nase, die aussah wie ein Storchenschnabel, in Richtung der Torte. Aus Jojoba-Wachs und Brotfruchtmehl. Bendix musterte das Päckchen in seinem Schoß und eine Sorgenfalte entstand auf seiner Stirn. Ob Ida sich über sein Geschenk freuen würde? Es war ein langes Seil, das er am Strand gefunden hatte, eingewickelt in ein großes Bananenblatt. Aber was hätte er ihr sonst schenken sollen? Auf der Insel Floribunda gab es keine Geschäfte. Man konnte nichts kaufen. Chris starrte nur auf die Torte. Bendix hörte ihn schlucken. Na, dann pack mal deine Geschenke aus, mein Schatz, sagte Tegler Salmonis und schob Ida zwei Päckchen zu. Es raschelte und knisterte. Dann hielt Ida ein grünes Hemd in den Händen, grasgrün, mit einem Papagei auf der Brusttasche. Sie sah begeistert aus. Danke, Mama! Im zweiten Päckchen waren Stiefel, derbe Lederstiefel, riesengroß. Aber schließlich war Ida auch lang wie eine Kokospalme, genau wie ihre Mutter und Tante Popeline. Oh, cool! Die kann ich gut gebrauchen. Meine alten fallen schon auseinander. Vielen Dank! Sie umarmte Tegler. Tante Popeline räusperte sich. Dann hoffe ich, dass du sie besser pflegst als deine alten Stiefel. Tante Popeline! Ida verdrehte die Augen. Die ollen Dinger sind vier Jahre alt. Ich hab sie zu meinem zehnten Geburtstag gekriegt und jeden Tag getragen. Und für die Löcher kann ich nichts. Die haben die Kompsognaten reingebissen. Zu dem Thema äußere ich mich jetzt nicht. Tante Popelines Mund wurde noch schmaler, wenn das überhaupt möglich war. Bendix wusste, dass sie die drei Kompsognaten nicht mochte. Besonders wenig mochte sie es, wenn Ida die drei kleinen Saurier ins Haus ließ. Schließlich hatte sie eine Dinosaurierallergie. Und das wusste Ida genau. Aber Bendix fand es klasse, dass Malm, Dogger und Lias immer in der Nähe herumwuselten. Andere Haustiere gab es schließlich nicht auf Floribunda. Ähm, ähm, Knut Salmonis räusperte sich. Seine Pfeife wippte in seinem Mundwinkel auf und ab. Er hatte sie immer im Mund, auch wenn er im Haus nicht rauchen durfte. Nun pack schon meine Geschenke aus, mindern. Ida lächelte ihrem Vater zu, dann riss sie das Papier auf. »Wow! Ein Fernglas! In quietschgelb! Danke, Papa! Und es ist wasserdicht!« Knut biss auf seinen Pfeifenstiel. »Bis hundert Meter Tiefe!« Ida lachte. »Papa! Ich will damit Vögel beobachten und keine Fische!« Aber Knut Salmonis war nun mal ehemaliger Kapitän eines Frachtschiffs und auf dem Wasser mehr zu Hause als auf dem Land. In Knuts zweitem Päckchen war eine Stirnlampe. »Funktioniert ohne Batterien!«, brummelte er in seinen roten Bart. »Du musst nur ein bisschen am Dynamo kurbeln, dann hast du für einige Minuten Licht.« »Voll klasse, Papa! Danke!« Idas Augen leuchteten. Sofort fing sie an, wie wild zu kurbeln. Bendix schluckte. »Was für tolle Geschenke!« Tegler und Knut mussten sie gekauft haben, als sie das letzte Mal auf den Galapagos-Inseln gewesen waren. Sein Seil kam ihm dagegen schäbig vor. Es war auch kein Trost für ihn, dass Chris offensichtlich gar nichts für Ida hatte, sondern nur begehrliche Blicke auf die Torte warf. »Bitte!«, sagte Bendix und schob Ida sein Päckchen zu. Ida raschelte mit dem Bananenblatt. »Ein Seil!« rief sie begeistert. »Das nehme ich mit nach Guano, damit Papa es mir nicht klaut. Danke, Bendix!« »Essen wir jetzt die Torte?«, fragte Chris. Sie aßen auf der Veranda. Tante Popeline hatte Kaffee gekocht und eine Kanne Kokosmilch auf den Tisch gestellt. Aus dem Garten duftete es nach Vanille. Zwischen den niedrigen Büschen standen einzelne Kokospalmen. Weiter unten im Garten wuchsen dann die höheren Bäume, die Papaya- und Mangobäume. Doch von hier oben konnte Bendix über ihre Kronen hinwegsehen. Er sah den schmalen Strand, die beiden Landzungen und Knuts kleines Motorboot, die Iguana, die auf den Wellen schaukelte. Bendix seufzte wonniglich. Wie lange war er jetzt hier? Auf Floribunda, der Insel der Dinosaurier? Ein halbes Jahr? Er hatte keine Ahnung, welcher Tag heute war. Es musste ungefähr Oktober sein. Aber hier in der Südsee waren die Bäume auch im Oktober noch voller Laub und saftiggrün. Und im Januar wahrscheinlich auch noch. Da konnte man schon mal das Zeitgefühl verlieren. Die Torte war super lecker. Dass Tante Popeline alle Zutaten aus dem Garten hatte, war geradezu ein Wunder. Außerhalb des hohen Zaunes, der das Grundstück umgab, wuchsen keine Früchte, keine Kakaobohnen, keine Vanilleschoten. Nicht einmal Gras gab es dort. Nur Baumfarne, Schachtelhalme und andere prähistorische Pflanzen. Schließlich war das Leben auf der Insel im Jura stehen geblieben. Nicht nur das Leben der Pflanzen, sondern auch das der Tiere. Fluribunda war der einzige Ort auf der Welt, an dem es noch Dinosaurier gab. Warum das so war, konnte Bendix sich nicht erklären. Und auch sonst niemand. Zumindest hatte es noch keiner getan. Wir gehen zum Muschelsand hinunter. Was hältst du davon, Bendix? Bendix schrak auf. Äh, Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört. Tegla wedelte mit der Kuchengabel und zeigte damit hinter das Haus. Ich sagte nur, dass ich heute mit dir und Chris durch den Wald bis zum Fuß des Vulkans gehen will. Zum Qualmer. Und von dort aus werden wir hinunter zum Muschelsand wandern. Da diese Seite der Insel dicht bewaldet ist, gibt es noch immer Ecken, die wir nicht kennen. Aber ich bin mir sicher, dass es dort nur so wimmelt von Dinosauriern. Sie nickte zufrieden und schob sich noch eine Gabel voll Torte in den Mund. Ein Mini-Dinosaurier sprang mit einem Satz auf die Veranda und trippelte an den Tisch heran. Er eugte neugierig in Richtung der Torte und krächzte. Dabei entblößte er zwei Reihen nadelscharfer Zähnchen. Träum weiter, Liasch, nuschelte Ida. Das ist meine Geburtstagstorte. Kind, man spricht nicht mit vollem. Tante Popeline hatte noch nicht zu Ende geredet. Da waren auch schon die anderen beiden Kompsugnaten auf die Veranda gesprungen. Witz, witz, witz. Dogger saß bereits auf der Brüstung und machte einen langen Hals. Interessiert starrte er auf die Torte. Malm witschte unter Bendigs Stuhl durch und richtete sich an Chris' Beinen auf. So, nun ist Schluss. Genug Torte geguckt. Tegla war aufgesprungen und klatschte in die Hände. Mit großen Schritten polterte sie auf die Kompsugnaten zu. Die fauchten missmutig und sprangen in alle Richtungen davon. Tegla hatte sich ihrer Tochter zugewandt. Ida, du verbringst deinen Geburtstag sicherlich auf Guano, nicht wahr? Ida lächelte breit. Ja klar, wo sonst, wenn nicht bei meinen Vögeln? Floribunda hatte eine kleine Schwesterinsel. Guano lag nicht weit von der größeren Insel entfernt. Man konnte sie in weniger als einer Stunde mit der Iguana erreichen. Auf Guano lebten keine Dinosaurier. Es gab dort nur Vögel. Große Vögel, kleine Vögel, unauffällige Vögel und solche, die in allen Farben des Regenbogens leuchteten. Aber das Besondere an ihnen war, dass sie in allen anderen Teilen der Erde bereits ausgestorben waren. Selbst Ida konnte nicht erklären, warum das so war. Und dabei war sie diejenige, die sich um die Vögel kümmerte. Guano war ihre Insel. Und sie war mit niemandem lieber zusammen als mit ihren Vögeln. Du willst sicherlich so... Folgendes, sagte Tekla Salmonis. Wir steigen auf die felsige Landzunge und wandern auf ihrem Rücken ein Stück ins Innere der Insel. Dort folgen wir den Trampelpfaden der Dinosaurier bis zum Fuß des Qualmers. Bendix schluckte. Gibt es da viele Dinosaurier? In dem Teil der Insel war er bislang noch nicht gewesen. Tekla setzte ihren Rucksack auf. Archibald, der Archäopteryx, der wie so häufig auf ihrer Schulter saß, hüpfte von einem Bein aufs andere und krächzte. Dabei entblößte der Urvogel zwei Reihen spitzer Zähne. Das hoffe ich doch, sagte Tekla. Nun nehmt euch jeder einen von den langen Stöcken und kommt. Sie drehte sich um und stapfte den Pfad zum Strand hinunter. Seufzend schulterte Chris seinen Rucksack. In Bendix Bauch begann es zu kribbeln. Was würde ihn auf der Seite der Insel erwarten? Vielleicht eine ganz neue Saurierart? Er griff sich einen Stock und tauchte hinter Tekla in das dichte Grün des Gartens ein. Tekla zog die schwere Gartenpforte hinter ihnen zu und verschloss sie sorgfältig. Sie stapften über das Strandkraut am Wasser entlang. Kolonien von Pterosauriern bevölkerten den Strand. Es war ein einziges Gekrächze und Geschnattere. Zahlreiche Tiere glitten durch die Luft, von wo aus sie wieder und wieder zur Wasseroberfläche niederstießen, um mit einem Fisch im Schnabel aufzutauchen. Für Bendix waren die Flugsaurier mittlerweile so normal wie Möwen am Meer. Schaut mal, da! Bendix drehte sich zu Tekla um. Seine Augen folgten ihrem ausgestreckten Zeigefinger. Er lachte leise auf. Zeilurus! Direkt vor ihnen sprangen mehrere der kleinen Fleischwässer aus den Schachtelhalmen am Rand des schmalen Strands. Einen Moment lang standen sie nur stocksteif da und reckten ihre flachen grauen Köpfe. Dann fauchten sie wütend, bevor sie mit großen Sätzen davonsprangen. Der Boden wurde steiniger, sie näherten sich der felsigen Landzunge. Nachdem sie zunächst von Stein zu Stein gehüpft waren, mussten sie schließlich ordentlich klettern, um hochzukommen. Auf der anderen Seite der Landzunge lag der endlose, schneeweiße Muschelsand. Atemlos stand Bendix am Rand der Felsen und blickte sehnsüchtig hinunter. Hinter sich hörte er Chris ächzen. Können wir nicht gleich darunter, wo wir doch nachher sowieso dahin wollen? Wie ein Mehlsack ließ Chris sich hinter ihm in den Schatten einiger Palmfahne plumpsen. Bendix lachte. Wir sind doch gerade erst losgegangen. Er schaute zurück zum Haus, das nur einen Katzensprung entfernt auf einer Anhöhe lag. Dann betrachtete er den schmalen Strand, den sie gerade entlang gelaufen waren. Am anderen Ende der Bucht schwang sich die zweite Landzunge weit ins Meer hinaus, flach und sandig und nur spärlich von Gestrüpp und Palmfahnen bewachsen. Dahinter wurde die Küste wieder felsig. In der Ferne sah Bendix die Pazifikwellen gegen die Klippen brannten. Und da ganz hinten? Was war das? Bendix schirmte die Augen mit den Händen ab. Erst jetzt merkte er, dass auch Tekla wie gebannt aufs Meer starrte. War das ein Boot, das da hinter den Felsen aufgetaucht war? Dieser kleine Fleck, der auf den Wellen auf- und abtanzte. Sofort spürte Bendix diesen Knoten im Bauch. Bitte kein Boot, kein fremdes Boot. Niemand durfte auf die Insel kommen und die Dinosaurier sehen. Dann atmete er erleichtert auf. Es ist nur die Iguana, rief er Tekla zu. Tekla starrte weiter. »Stimmt«, sagte sie langsam. »Ich frage mich nur, warum kommt Knut schon wieder zurück? Da muss etwas passiert sein. Vielleicht hat er einen großen Fisch gefangen und ist für heute schon fertig«, schlug Bendix halbherzig vor. Er wusste, dass das nicht stimmen konnte. Knut verbrachte jede freie Minute auf dem Wasser. Er würde niemals früher zurückkommen als nötig. Tekla stapfte mit großen Schritten auf und ab, den Blick weiterhin auf das kleine Boot geheftet. »Wir müssen wieder runter«, erklärte sie bestimmt. »Ich muss wissen, was los ist.« Schon hatte sie sich an den Abstieg gemacht. Bendix drehte sich zu Chris um. Der hatte sich mittlerweile hingelegt, den Kopf auf dem Rucksack. »Was ist los?«, rief er hoffnungsvoll. »Klettern wir wieder runter?« Bendix nickte. »Tekla will wissen, warum die Iguana wieder zurückkommt. Und ich will es auch wissen.« Bendix rannte über das Strandkraut. »Was war bloß passiert?« »Irgendetwas mit Ida?« Bendix rannte noch etwas schneller. Tekla stand schon auf dem Bootssteg. Sie blickte dem Boot entgegen und rief etwas, aber er konnte kein Wort verstehen. Die Iguana war noch zu weit weg. In dem Motorengebrumm und dem Rauschen des Pazifiks gingen die Stimmen unter. Außer Atem kam Bendix auf dem Bootsteg an. »Tekla!«, schrie er. »Was ist passiert?« Tekla wedelte mit der Hand und starrte weiterhin über zur Iguana, die bereits in die Bucht eingelaufen war. Das Boot kam auf sie zugeschossen, schneller als Knut sonst in die Bucht einlief. Idas Kopf ragte über der Windschutzscheibe. Der Fahrtwind ließ ihre blonden Zöpfe waagerecht in der Luft flattern. Endlich drosselte Knut den Motor. Idas braungebranntes Gesicht war bleich wie der Vollmond. Irgendetwas fürchterliches musste passiert sein. »Ein Schiff!«, brüllte sie Tekla und Bendix entgegen. »Vor Guano liegt ein riesiges weißes Schiff vor Anker!« Bendix wurde schwindelig. Ein Schiff vor Guano, nur einen Katzensprung von Floribunda entfernt. Genau das, wovor er am meisten Angst hatte. Fremde Menschen, die an Land kommen würden, die die Tiere entdecken würden. Erst die Vögel, dann die Dinosaurier. Hinter ihm polterten Stiefel über den Steg. »Was ist passiert?«, rief Chris schnaufend. Bendix drehte sich nicht um. Er sah, wie Tekla ihrer Tochter eine Hand entgegenstreckte. Ida ergriff sie und sprang mit einem Satz auf den Steg. Knut machte das Boot fest. »Ein Schiff!«, krächtzte Ida. Bendix sah, dass sie geweint hatte. Tekla nahm Ida in den Arm. Mit fragendem Blick sah sie Knut entgegen, der jetzt ebenfalls auf den Steg sprang. »Tja!«, knurrte er. »Jetzt sitzen wir aber ordentlich auf Schied. Eine richtige Luxusjacht liegt da vor Anker. Ida heulte auf. »Meine Vögel! Was machen die mit meinen Vögeln? Die sind so zutraulich! Die kennen doch nichts Böses!« »Und ihr?« Tekla sah Knut mit großen Augen an. »Was habt ihr gemacht? Wir haben erst mal beigedreht und sind wieder zurück. Wir haben einen bannigen Schreck gekriegt beim Klabautermann. Wir wussten nicht, was wir tun sollen.« Knut bohrte seine Fäuste tief in die Hosentaschen. Bendix erwachte aus seiner Erstarrung. »Wir müssen wieder hin«, schrie er. »Wir müssen denen sagen, dass die Insel uns gehört und dass sie wegfahren sollen.« Das durfte nicht wahr sein. Die Sonne schien, alles war so schön und ruhig wie immer. Wie konnte es da möglich sein, dass nur ein paar Seemeilen entfernt ein Riesenschiff vor Anker lag? »Ja, wir müssen sofort wieder hin«, schniefte Ida. Ein angriffslustiges Funkeln hatte sich zurück in ihre Augen geschlichen. »Und wir nehmen das Betäubungsgewehr mit und die Axt aus dem Schuppen und Tante Popelines Brotmesser.« »Nein«, sagte Tegler fest. »Sie sah plötzlich sehr bestimmt aus.« »Wir werden alle nach Guana«. Niemand redete, als die Iguana die Bucht verließ. Das kleine Boot schaukelte auf den Wellen, bis Knut den Kurs änderte und parallel zur Küste fuhr. Erst da wurde es ruhiger. Tante Popeline hatte ein großes Tuch um ihren Kopf geschlungen und hielt es mit beiden Händen fest, obwohl ihre rechte Hand noch immer einen Holzlöffel umklammerte. Ihr Gesicht sah noch spitzer aus als sonst. Chris hatte sich in den Windschatten hinter der Scheibe gedrückt. Sein Gesicht war bleich. Er wurde schnell seekrank. Auch Ida war bleich. Sie starrte unverwandt nach vorn. Sie umrundeten eine Felsenzunge und Guano kam in Sicht. Mehr als ein flaches, grünes Fleckchen Land in der Ferne war noch nicht zu erkennen. Jetzt war auch Bendix von der Sitzbank aufgesprungen und stand neben Ida. Noch immer sagte niemand ein Wort. Man hätte auch schreien müssen, um sich zu verständigen. Aber Bendix spürte, dass Ida unter Strom stand. Wenn er sie berührt hätte, hätte er bestimmt eine gewischt gekriegt. Er klammerte sich an der Reling fest und behielt Guano im Auge. Manchmal verschwand die Insel hinter einem Wellenberg, dann tauchte sie wieder am Horizont auf. Langsam wurde sie größer. Und dann sah Bendix auch diesen weißen Fleck direkt vor der Küste. Zunächst sah er fast so aus wie eine der zahlreichen Schaumkronen. Doch sehr schnell wurde er zum Schiff. Es musste ein sehr großes Schiff sein, wenn man es aus dieser Entfernung schon so deutlich erkennen konnte. Mittlerweile waren alle von den Bänken aufgestanden und schauten hinüber zur Insel Guano. Je näher sie kam, desto greller strahlte das weiße Schiff in der Sonne. Es lag im Windschatten der Insel zwischen Felsen, die ebenso weiß leuchteten, da Generationen von Vögeln sie fleißig beklext hatten. Bendix schluckte. Das Bild, das er da vor sich sah, war einfach falsch. Das weiße Schiff hatte hier nichts zu suchen. Knut drosselte den Motor. Der Außenborder spuckte nur noch leise vor sich hin. Sie näherten sich dem Bug des fremden Schiffes und umrundeten ihn. »Maracuja«, las Bendix. Der Name war in großen, orangenen Buchstaben auf den Rumpf des Schiffes geschrieben. Scharen von Riesenalken saßen auf den Felsen, die aus dem Wasser ragten, und schnatterten vor sich hin. Ungerührt beobachteten die Seevögel die Iguana. Sie waren es gewohnt, dass das kleine Holzboot an ihnen vorbeifuhr. Bendix hatte keine Augen für sie. Er starrte an der weißen Schiffswand hoch, die neben ihm aufragte wie ein Eisberg. Tante Popeline hatte das Tuch vom Kopf genommen und sich über die Schultern gelegt. In der Hand hielt sie noch immer den Holzlöffel. Der Motor der Iguana erstarb. Lautlos glitt sie auf das Heck der Maracuja zu, wo Knut nach einer straffgespannten Ankerleine griff und ihre Fahrt stoppte. Einen Moment lang schauten alle nur hoch. Dorthin, wo sich das Achterdeck der Luxusjacht befinden musste. Auf dem Schiff musste jemand Musik hören, aber Bendix hörte nur den Bass. Jeder Schlag dröhnte ihm durch den ganzen Körper. Bumm, bumm, bumm. Ida straffte ihre Schultern. Sie wirkte mit einem Mal sehr entschlossen. »Hallo!« schrie sie nach oben. »Jemand zu Hause?« Bendix hielt die Luft an und lauschte, so wie alle anderen auch. Bumm, bumm, bumm. Nichts. Ida senkte den Kopf. Ihre Augen suchten den Boden der Iguana ab, bis sie das Gesuchte fand. Sie griff nach dem Bootshaken, den Knut ganz vorn in den Bug geschoben hatte, und zog ihn hervor. Der Stiel war aus Holz, der Haken aus Metall. »Ha!« rief Ida und reckte den Bootshaken wie eine Lanze nach oben. Sie holte aus, zielte und schlug mit dem Haken gegen eine der metallenen Stützen der Reling. Das Geräusch war so durchdringend, dass es Bendix in den Ohren klingelte. Es musste auf dem ganzen Schiff zu hören sein. »Hey!« schrie Ida in den Lärmen ein. »Jemand zu Hause!« Ein Wutschrei war die Antwort. Und im nächsten Augenblick beugte sich ein Mann über die Reling. »Was zum Teufel fällt euch ein? Ich sage euch, wenn man auch nur einen Kratzer sehen kann, dann werdet ihr noch heute von meinem Anwalt hören!« Dann beugte der Mann sich über die Reling. Eine nackte Brust bis zum Kinn mit blondem Pelz bedeckt, reckte sich den Bewohnern von Floribunda entgegen. »Ha! Ha! 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 Ha!« dröhnte der Mann los. Die Laute kam unter einem Schnurrbart hervor, der an den Enden aufgezwirbelt war wie zwei Schweineschwänzchen. »Hä! Ha! Ha! Was seid ihr denn für Typen? Vielleicht Robinson Crusoe und seine Familie?« Bendix und Chris sahen sich verständnislos an. Der Mann drehte sich um. »Prinzesschen!« grölte er. »Komm mal her! Das musst du unbedingt sehen!« Von irgendwoher kam eine patzige Stimme, aber Bendix verstand kein Wort. »Och, mein Augenstern! Dir ist doch immer so langweilig! Jetzt gibt's endlich mal Abwechslung! Komm her, Prinzesschen!« Der Mann winkte jemandem zu, aber niemand kam. Also drehte er sich wieder um, stützte sich auf die Reling und ließ einen Arm baumeln. An seinen Fingern trug er klobige, goldene Ringe. Tante Popeline hatte sich als erste wieder gefasst. Sie warf einen strengen Blick nach oben. »Auch wenn wir auf einer Insel in der Südsee leben, heißt es nicht, dass wir unzivilisierte Wilde sind. Ihr Verhalten ist nicht akzeptabel, mein Herr. Sie befinden sich in privaten Gewässern und sollten sich so benehmen, wie es sich für einen Gast gehört.« Einen Augenblick lang schaute der Mann verblüfft auf Tante Popeline hinunter. Dann zitterten seine Schweineschwänzchen und er brach in brüllendes Gelächter aus. »Hö, hö, hö, hö! Unzivilisierte Wilde!« grölte er. »Private Gewässer? Du scheinst nicht zu wissen, wen du vor dir hast, du alte Vettel!« »Hö, hö, hö, hö!« Tante Popeline wurde blass um die Nase. »Unverschämtheit!« zischte sie. Tegla trat vor. Sie stellte sich auf eine Sitzbank der Iguana. Ihr Kopf befand sich nun auf Kniehöhe des blonden Mannes. »Tegla Salmonis«, stellte sie sich vor. »Zusammen mit meinem Mann Knut und meiner Schwester Popeline bewirtschafte ich die Inseln Floribunda und Guano. Beide Inseln befinden sich in unserem Besitz. Und da sie unter Naturschutz stehen, möchte ich sie bitten, diese Gewässer so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Selbstverständlich dürfen sie sich mit Frischwasser eindecken und von den Früchten der Insel nehmen, aber spätestens morgen früh setzen sie ihre Reise bitte wieder fort.« Einen Augenblick lang waren nur das Gluckern des Wassers und das Schnattern der Riesenalken zu hören. Bendix nickte innerlich. »Ja, das hatte Tegla gut gesagt«, fand er. Der fremde Mann brüllte auch gar nicht »Hö, hö, hö«. Stattdessen beugte er sich nur noch weiter vor. »Hör mal, Frau«, sagte er dann mit rauer Stimme, »ich bin Glotz Goldbein, Begründer und Inhaber des Goldbein-Imperiums und ich liege mit meiner Yacht genau dort vor Anker, wo ich es will.« Er richtete sich auf. »Die Inseln sind in eurem Besitz, sagst du mir?« »Gut, wer weiß es, ich achte Besitz, auch den Besitz anderer.« Er lachte höhnisch auf. »Aber wer weiß es mir und bis dahin geht mir aus den Augen, geht mir alle aus den Augen, ihr Robinsons.« Er stieß sich von der Reling ab und war verschwunden. Ida war aufgesprungen. »Das werden wir«, brüllte sie. »Worauf du Gift nehmen kannst, du Großkotz!« Und sie wirbelte den Bootshaken über ihrem Kopf wie ein Lasso. Knut konnte ihr geraten.